Sie wollen Ihre Gesundheit in den Bereichen Bewegung, Ernährung und Stressmanagement dauerhaft optimieren? Mit Ihrem persönlichen Cardio-Fitness-Gesundheitscoach starten Sie jetzt zu 15 Jahren mehr Lebensqualität. Ihr persönlicher Coach unterstützt Sie beim Erreichen Ihrer Ziele. Zusammen mit Ihrem Coach entwickeln Sie die Strategie, um Ihren inneren Schweinehund zu bezwingen. So bleiben Sie dauerhaft erfolgreich und gesund. Mit verschiedenen Gesundheits-Check-Ups bekommen Sie ein genaues Bild von Ihrem aktuellen Ist-Zustand. Bei den Gesundheitsparametern können Sie Ihre Daten wie Gewicht, Bauchumfang oder Körperfett jederzeit einsehen und den Verlauf kontrollieren. Im Work-Life-Management-Check können Sie durch Beantworten einfacher Fragen jederzeit Ihre gesundheitsbezogene Lebenssituation bewerten. So sehen Sie genau, in welchen Bereichen Sie sich noch steigern können. Aufbauend auf diesen Check-Ups und Daten legen Sie zusammen mit Ihrem persönlichen Coach Ihr weiteres Vorgehen fest. Sie setzen sich Ihre Ziele selbst und legen fest, was Sie erreichen wollen. Egal, ob Sie planen abzunehmen, auf ein sportliches Event trainieren oder Ihren Stress reduzieren möchten. Zusammen mit Ihrem Coach gehen Sie den Weg Schritt für Schritt bis zum Ziel. Im Bereich Meine Dokumentation können Sie Ihre Aktivitäten festhalten. Bei allen Analysen können Sie Ihren Entwicklungsverlauf und die konkreten Verbesserungen verfolgen. Ihr Coach gibt Ihnen laufend Tipps, wie Sie die einzelnen Bereiche weiter optimieren können. Egal, ob Sie Ihr Training auf dem Cross-Trainer dokumentieren oder das einfache Punktesystem des Ernährungstagebuches nutzen. Erfassen Sie intuitiv Ihre aktuellen Stressauslöser in Ihrer Häufigkeit. Auf Grundlage der Telefonate mit Ihrem persönlichen Gesundheitscoach stellt Ihnen dieser leicht realisierbare Trainings- und Ernährungspläne sowie Tipps für ein effektives Stressmanagement zur Verfügung. Diese sind perfekt auf Sie und Ihre Anforderungen abgestimmt und werden speziell für Sie erstellt. Mit dem Cardio Fitness Online Coaching haben Sie die einmalige Chance, Ihre persönlichen Ziele in Bestzeit zu erreichen. Cardio Fitness – Ihr Start zu mehr Gesundheit.